so hallo und herzlich willkommen wieder mal ich habe jetzt lange zeit keine folgen aufgenommen weil ich Splatoon und so weiter gespielt habe aber heute dachte ich fange schon ein bisschen früher an mit meinem sonntäglichen streamen und nehme dabei gleichzeitig ein paar folgen auf und dachte machst du erst mal die letzte Eier-Sammel-Quest so als Rüstung habe ich eine Rüstung die ich eigentlich schon lange habe die hat mir damals hier der Yugi gemacht und ich habe halt noch Pro-Transporter reingemacht in die Quest damit ich weiß nicht mehr damit schneller ja man ist schneller und man lässt den Gegenstand nicht so schnell fallen was man noch machen sollte als Vorbereitung ist Essen ja ich wollte die Monster töten ich weiß halt nicht was da kommt irgendein Monster kommt drin vor ich weiß noch nicht welches vielleicht die Tigrexe keine Ahnung das ist gut wenn wir von Monster wegrennen verbrauchen weniger Ausdauerschaft es könnte auch wenn man was trägt das ist gut wenn wir von Monster wegrennen verbrauchen weniger Ausdauerschaft es könnte auch wenn man was trägt so hätte ich eigentlich skippen können aber es ist zu spät Katzen habe ich als Protection verzeichnet vielleicht habe ich dann Glück und die lenken das Monster ab und zu mal ab so Mega dash ich benutze euch auf jeden Fall mit damit mir die Ausdauer nicht ausgeht also nicht live kamer Oh, eigentlich müsste das so okay sein. Ich gucke mal schnell, wo die Quest stattfindet. Dunesday, also wo schon mal Kältetränke. Puh, da kann es auch schon losgehen. Gucken, was noch da steht. Zwei Eier. Ich glaube, das Feuer gar nicht so schlecht. Bei Florian, auf geht's. Eeeh, Liebeskatzen, schnell weg. Wo sind die Eier? Im Nest wahrscheinlich. Ich gehe jetzt mal die Karte holen. Nee. Ist das eine Fünf? Ich gehe jetzt mal die Karte holen. Ich gehe jetzt mal die Karte holen. Wäre auch zu schön gewesen. Wäre auch zu schön gewesen. Oh, das wird auch schon mal. War auch ekelhaft, ey. Mein T-Krex Ich weiß nicht, ob ich ihn killen soll Oder versuchen soll Ich möchte irgendwas zum Wichs dagegen Ach Mann Ich hasse das, wie einfach so ätzend Wo trifft er mich immer so noch? Oh, war zu mal dran Boah Zeig zum Katzen Na los Ich weiß nicht, ob ich es Weg, weg, weg! Wirklich auf den Getreer, ich hab gedacht. Boah, ist mir echt mal was Gutes gelungen, wenn ich mal direkt mal ran. Oh, ich hatte kein Kapital draus zu schlagen. Nein, nein! Ach man, blödes Dreckschieb, so stehen, dass ich treffe, verflügt ist. Hahaha, nein! Er ist erschöpft. Ich kann kein Kapital draus schlagen. Keine Reh-Junge! Nein! Oh! Jetzt bewegt er sich in die falsche Richtung. Ah! Oh, Glück gehabt, ey! Ach man, diese muss ja ausgerechnet fälschen und weg staggern. Och, Mann, ey! Was für der E hin? Was sollte das? Nur auf Warten könnte ich den am Kopf treffen. Ja, gewiss! Gewiss! Ja, gewiss! Gewiss! Oh! Also kurz hochheilen! Noch nicht! Das verletzt mich nicht! Oh, ja, ey! Mann, wie hat er dich getroffen? Voll doof! Ich hasse das Vieh! Jetzt habe ich es auch noch ab und ich habe das nicht gepaintet! Drecksvieh! Ich will es erst mal töten, bevor ich das mit den Eiern anfange, hier! Wie lang? Oh, jetzt war es falsch! Garantiert falsch! Oh, ich hasse es! Ich hasse es! Da habe ich doch noch die Karte! Uh! Auch ein anderer ist hier auch, ne? Hallo! Uh! Hier! Was? Schnell weg! Äh, das ist schon mal 7! Danke für den Follow! Oh! Play mit dir! Hm, ja, das bestimmt ein 3 oder ein 2? Ich weiß es nicht. Ja, das ist ein Gebiet, wo vorher der andere war. Ach, Mann ey, ich hasse diese Monstersucherei! Eins oder wenige Negativpunkte, die ich immer habe an diesem Spiel. Ja, ja! Beziehungsweise halt, dass ich überhaupt wegrennen. Ich finde, ihr sollten einfach stehen bleiben und kämpfen. Ich denke, die Quests können auch eine Weile dauern! Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon aufnehmen ist. Das ist bisschen doof an OpenPodcaster Software. Man sieht immer, wie lange man schon am Streamen ist. also halt wenn man nur nur aufnimmt also jetzt sehe ich da steht eine stunde und 48 minuten so lange läuft die episode noch lange nicht und das sollte man quasi separat sein erst mal schreien bis jetzt auch so ein damage schrei wird ich hätte nur kurz den moment warten können auf meinen golf schlag nein ach gott ist der nervig ja jetzt hört die gas aber noch an jetzt ist einfach viel zu breit ja 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 Hier ist noch ein Mischkeh-Ond. So, ein ekelhaftiger T-Tracks weniger. Guck mal, was es da für Items gibt hier. Klaue Plus ist nur Highbank, denke ich mal. Scale Plus, ja, ist nur Highbank. Wäre auch zu einfach gewesen, jetzt im G-Bank zu sein. Was ist eigentlich mit Philipp los? Das ist so einer, der nur drei mal sterben kann? Nein, er fliegt gerade weg, ernsthaft? Diese ist Nummer 4. Ich glaube, viele bis sechs sind Katzen, die nur drei mal sterben kann. Aber wie oft war es, ich weiß nicht. Und auf jeden Fall nicht wieder anscheinend. Oh, 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 oh. Was ist denn hier? Das sind Parialen, denke ich mal. Scheiße. Naja, irgendwo hier. Oh ja, du garstiger Hunter. Nein. Oh man. Ja. Ja. Ach Gott, sieh. Boah, und das war nice, ey, uuuu, yes. Komm doch. Oh, hier. Ich muss noch früher auf mich suchen. Weg, 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 weg. Nein. Was tut es? Scheiße. Yes, Mounting. Ach, ich hab jetzt die Ausschleppse. Yes, schrei, uuuu. Upsala. Oh ja, das ist die eigene Quest. Damn. Oh, jetzt fasst es nicht. Diese dummen Drecksfiecher, ey. Jetzt hab ich noch ein bisschen Wasser-Debuff gegeben, ernsthaft? Ach, bitte. Das hätte ich jetzt ruhig nicht gönnen können, das wäre ein super Pawn da drauf. Ach Gott, sieh. Nein. Oh, ich hab echt die Nase voll von dem Vieh. Oh Gott. Ich paint ihn nochmal im Mars, das ist schon heim. Ich dachte, er würde laufen. Oh Mann, ey. Scheiße, ey. Scheiße. 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 Ist heute auf. Aber ist noch gepäntet. Trotzdem. Ich muss die Katzen auch noch nicht austauschen. Ne, ich hasse das, wenn die nicht wieder kommen. Aber die ganze Zeit nur Miku dabei. Hm. Ja, schlafe ich noch kurz. Als wenigstens ist Miku wieder da direkt. Komm, steh auf. Schneller. Genug geschlafen. Tick ist einfach mit allen ätzend. Zumindest für mich. Ich sag doch, ich hasse T-Krex. Das heißt nicht, dass er für mich auch mit Gunnins einfach ist. Wenn er für dich mit Gunnins einfach ist. So. Er ist kalt erschöpft. Bleib still. Ich will mich anspringen. War auch mal toll, ey. Ich fahre. Ah, er hat am liebsten noch getroffen. Ich dachte schon, ey. Na, zwei. Nein. Oh Gott, Mann. Wieso viel in Rage, ey. Oh Gott, ich hätte einen Super-Pawner hätten wir echt noch drücken können. Ist doch schlimm, diesen Monster. Na, wie ist es auf dem Ziel getroffen? Was ist jetzt los? Nein. Boah, wie ätzend, ey. Oh, war das ätzend. Und er ist nicht mehr gepaintet. In die Richtung, also neutral. Oh, schrei doch. Was soll das denn? Oh, schreien darfst du. Das ist okay für mich. Bang. Hau ab, du blöde Krabbe, ey. Ekelhaft. Wie immer kommen die an in so Situationen? So. Ich muss noch die Eier erfüllen und dann die Pröstchen erledigen. Alles hat wieder viel zu lang gedauert. Boah, wenn die G-Mac gewesen wären, oh mein Gott, ey. Die machen, denk ich mal, gleichen Schaden wie ein Multiplay, aber haben weniger Leben. Also sollten schon schaffbar sein. Wo sind denn die Eier? Hier. Wenn die Jagges in der Nähe sind, oder die da, dann sind da auch die Eier. Lass mich in Ruhe. Oh, boah, Rage. Es müssen eine ganze Horde sein. Oh, dieses Drecksrumgehüpfe, ey. Ich bin so froh, wenn es die nicht mehr gibt, ey. Ich hoffe, die entfernen die wieder aus. Das sind andere aus den nächsten Teilen, ey. Oh, die sind so nervig einfach nur. So. Die weg. Das müsste zwar eigentlich klappen. Ist noch einer da. Schnell. Oh, du dummes. Ekelhaftes. Wie kann ich hier runterspringen? Wo ist das so? Zu hoch. Ich lass es lieber mal. Ich gehe den Lormenweg. Ich glaube, so großer Vorteil ist das auch nicht. Wenn ich hier runterhüpfen würde. Natürlich werden große Sandgebiete da laufen. So. Hier sind große Krabben. Oh, ich muss da rauf, ey. Oh. Man kann klettern, glaube ich. Ja. Nein! Ah! Nein! Er darf nicht sprinten beim Klettern. Ich habe es ganz vergessen, ey. Toll. 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 Wird schon so lustig meine allererste AI-Quest, die ich zu uns einen Scheiß gebracht habe. Oh. Jetzt sind die wieder da. Herrlich. Ich liebe es. Also man darf es sprinten, aber halt nicht diesen Dash-Move machen halt. Also ist das Risco. Weil es das gleiche wie das Rollen. Und das darf man nicht machen. So. So. Ja, ob ich mit denen vorbeikomme. Auf mit dem Strom hier. Du, 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 du. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Oh, ich habe das noch. Du, 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 du. Eyh. Eyh. Eyh, jetzt haben sie ja zugemacht. War da ihm schon zu? Ich weiß es gar nicht. Oh nein, oh nein, lass mich hier anrufen. Oh mein Gott, die sind okelhaft. Boah, die sind so groß. Das ist nicht schön. Ja, das erste Ei, das erste Ei, das erste Ei geschafft. Oh, herrlich. So, jetzt noch einmal rollen. So, mal gucken. Wie ich diesmal gehen muss. Ich denke mal, die haben wahrscheinlich wieder dieses nächste Ei in die Hand, oder? Dann ist wieder irgendeinen Weg blockiert. Boah, das ist echt mies, die Datei. So eine kleine Nähe mit so großen Viechern ist schon heftig. Ah, es ist hier zu. Na gut, da hätten sie auch direkt allgemein den Weg hier hoch mal zumachen können. Das ist echt ein bisschen ätzend. Einfach jeden Weg. So, dass man gar nicht aus einem Lager in die Richtung her gehen kann. So, das Rumpetrolle von Capcom mal wieder hier. So, noch ein Kältetrans zu mir nehmen. Ich stecke hier aus der Kiste nach. Oh, der Rest brauche ich ja nicht. Die T-Krexe sind ja schon Geschichte. Wo muss ich hin? Das sind fünf, oder? Oh, das ist ein unfassbarer Ungekrieg jetzt. Hallo an alle aus dem Stream. Ihr könnt ja auch mal die YouTube-Zuschauer grüßen, wenn ihr möchtet. Die das alles wahrscheinlich morgen Abend sehen werden. Wobei die YouTube-Zuschauer wahrscheinlich identifizieren mit den Twitch-Zuschauern. Und da gibt es keinen großen Unterschied. Die meisten, denke ich mal, haben durch Twitch zum bei YouTube-Channel gefunden. Ich sehe es schon kommen. Ich will mir kaum überlegen, ob ich vorsichtshalber direkt noch ein Dash-Zuschus nehmen soll für den Weg. Oder ob das hier reicht. Ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. Es greift einfach direkt an, ey. Alter, zum Kotzen, die Viecher. Oh, dieses dumme Rumgehüpfe, ey. Jetzt gehe ich mir so auf wie einer. Ich habe so die Viecher echt nur abartig. Jetzt ist es schon nervig. Es sieht auch noch schlecht aus. Paralyse, yay. Danke, Niki. Da waren die, da sind die Yuggies und die Buggy's und die Worgies waren alle viel besser animiert. Ah, super, ey. Ich kann mich jetzt mal natürlich nicht. Erstmal werde ich mich noch paralysieren. Komm, Miku, hilf mir doch. Untreue Tomate. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein. Ah gut, der hat dann mir vorbeigestochen. Dieser fiese Pnafra. Danke für den Follower. Nike. L-M-N-U. Das müssen wieder große Kram. Ey, Moment mal. Ach, da geht's weiter, ja. Ich hoffe, ich kann ja runterhüpfen, ohne dass das Ei zerbricht. Da müsste ich gehen. Wow, der Baum hat übel gewackelt da vorne. Oh Gott, die sind so fies, ey. Yay. Ich bin beim ersten Mal, als es reingekommen ist, habe ich es noch falsch ausgesprochen. Aha. Oh Gott, nein. Mein Ding ist es ausgegangen. Das muss ich auffassen. Was ich mir beim ersten, der ersten Eierkürste, die ich gemacht habe, ist, dass mir einiges Mal passiert, dass es einfach die Ausdauer alle war und dadurch das Ei dann runterfiel. So, was den Makino auf mich warten. Okay, die Krabben sind nicht so schlimm. Oh, hier muss ich aufpassen. Das spricht man so merkwürdig. Momentan kann man nicht mitmachen, weil ich gerade Singleplayer-Quests aufnehme für YouTube. Vielleicht so ab 18 Uhr oder vielleicht auch ein bisschen früher wollte ich anfangen, online zu spielen. Schwupp, dann kann man eventuell joinen. Wenn man Glück hat. Ja, das war's. Die letzte Eier-Quest. Yay. Wir haben keine Pats zu freigehalten. Oh mein ja. Silbereier, Stahleier, Eier aus Stahl. Charms, Wertlose. Tiefkriegs-Gedöns. Oh, boah, Plusnick da, das ist nett. Nee, nix tolles dabei. Weg damit. So, ich würde sagen, dann beende ich die Folge mal hier. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 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 Vielen Dank.